Wir stellen euch eine Frage und ihr müsst sie erraten. Der letzte Mann am Fußballplatz hat das an. Sie helfen ihm, dass er den Ball nicht so leicht wegrutschen lässt. Wir können verschiedene Farben haben, zum Beispiel blau oder dünn oder rot. Da kann man die Bälle halten. Und wenn ihr die Antwort wisst, schreibt uns eine Mail. Tschüss, 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 tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017